Jo, hi und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge Häckselt, diesmal wieder mit der lieben Exterior ohne Niklas. Ja, halli, hallo, hallöle. Ja, genau, wir haben jetzt doch uns entschlossen, nicht sofort, äh, doch wieder sofort aufzunehmen. Macht ja auch doch nicht Spaß. Genau, wir wollen das doch nicht aus Cree machen, weil wir wollen ja auch ein bisschen hier weit füllen, nicht wahr? Ja. Und natürlich nichts vor euch verbergen. Ne, ist richtig. Vielleicht machen wir irgendwas, wo ihr seht, ey, Alter, warum macht ihr so einen Scheiß? Sag mal, aus Redwood kann man überhaupt nichts machen, außer bauen, oder? Ne, warte mal, Redwood? Dazu kann man ja Redwood Planks machen. Ah. Okay. Ah, ja, der letzte Mal hier die ganzen, das Haus hier weitergebaut, hat ja unser einst nicht gesehen hier. Ja, du warst ja unterwegs. So, genau. Dann ist so ein bisschen ausgebaut, das mache ich jetzt auch mal wieder, mache das Holz hier weg und pülle es mit Stein. Okay. Damit es nicht so arg auffällt, dass es hier angebaut worden ist, beziehungsweise die zwei Häuser hier verknüpft worden sind. Ja. Da haben wir auf jeden Fall jede Menge Platz. Ich würde auch irgendwann mal später mal die ganzen Kisten mal so, äh, ja genau, verteilen, so wie du es gerade so schön machst. Ja. Gerne. Ich mache, ich muss jetzt hier mal gerade ein bisschen was lernen, ansonsten komme ich hier, glaube ich, gar nicht mehr voran. Nervt mich jetzt irgendwie alles ein bisschen. Ach, die, ach, ich hätte vorhin Hand gehabt, aber ist alles explodiert, ne? Natürlich. So, ich muss... Scheiße, scheiße. So, 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 so. Ja, Leute, wir müssen auf jeden Fall gucken, wie wir jetzt hier was, wie viel wir leben, na, wie viel Dings habe ich noch. Okay, das Enderschwert. Das Enderschwert. Irgendeiner meinte, ich könnte das reparieren, in diesem netten Table hier. Und dafür muss ich es erstmal verzaubern. Jetzt müsste ich also mal gucken, dass wir hier irgendwie... Ich mache auf jeden Fall schon mal Unbreakable irgendwie. Und, äh, Sharpness 3. Und man kann es reparieren. Hervorragend. Alles klar, Leute. Danke vielmals. Ähm, der Zipf war hervorragend. Ja, unsere Zuschauer sind die Besten. Ja, definitiv. Die haben immer geile Tipps. Du solltest das sein. So, Feueraspekt. Hauen wir den auch nochmal rein. Tudu. Okay, cool. Wir haben hier jede Menge Holz. Ein fettes Schwert. Ich will mal sehen, was das irgendwie jetzt für einen Schaden verursacht. Ich hoffe, dass wir das machen. Ich habe meine Sachen jetzt eben rein, damit ich die Kisten ein bisschen umstellen kann. Der liebe Pirat kümmert sich sogar um das Craften. Der kennt sich da so ein bisschen besser aus als ich. Ja. Ich mache jetzt hier erstmal die Kisten leer und setze sie dann um. Ich mache hier so ein bisschen schön. Ich bin ja die Frau, ne? Ich muss ja hier ein bisschen alles schöner machen. Genau, das musst du. Das ist deine Aufgabe jetzt. Deswegen haben wir dich eingeholt. Nur damit du was schöner machen kannst. Ja. Reden ist jetzt auch nicht unbedingt wichtig. Nee. Deswegen halte ich das mit der Klappe. Mhm. Genau. So wie das sein muss, oder? So wie im wahren Leben. Scheiße, nein. Das haben wir jetzt mal so gekonnt überhört. Ne? Wir haben hoffentlich auch weibliche Zuschauer. Ja. Lasst euch nicht unterkriegen. Ihr müsst mich verteidigen. Lasst euch nicht unterkriegen. Alter, ich habe hier einen neuen Dings gefunden. Dungeon, der irgendwie obendrauf brennt. Ich wollte eigentlich nur ein Tier finden, das ich töten kann. Alter! Ich sag mal, bin ich blöd oder ist der größer als... Als normal. Ich habe nochmal so einen Eisturm gefunden. Der scheint mir aber etwas höher zu sein. Überdimensional groß, oder wie? Ja, so ein bisschen schon. Mann, hier sind so viele Sachen und man kann gar nicht und man will nicht und man will doch. Wir brauchen auf jeden Fall jetzt eine fette Ausrüstung. Ich habe keinen Bock mehr, dass man so schnell runtergemauert wird hier. Ja, also die Explosion war vorhin echt fatal, also... Ja, sowas nervt. Ich meine, du hast nicht die besten Sachen dabei gehabt. Ja, klar. Aber trotzdem, was da immer alles verlöten geht. Flöten geht durch. Man hilft, der wird es aufwägt. Das stört mich. Ich bin auch hier die Heilerin. Ja, genau. Genau, dann müssen wir was machen. So, fressen. Ich fresse auf jeden Fall erstmal gerade ein Hühnchen. Und dann gucken wir doch mal, wegen Ausrüstung. So, was haben wir denn hier? Ich... Ah, Gott. Mach mir doch mal eine Empfehlung, was ich jetzt hier gerade für Ausrüstung bauen soll. Für dich mache ich auf jeden Fall... Ich suche mal mein Gold mit die Federn. Mhm. Ja, dass wir die ganzen Sachen fertig machen können. Zwei Federn habe ich schon mal. Hier habe ich nochmal zwei. Es sind schon mal vier. Das ist ja hervorragend. Achtmal Gold. Gucken wir noch. Dann müssten wir eigentlich... Wir müssten genug haben. Dann kannst du wenigstens auch schon mal diese Boots dir machen und fertig ist. Richtig. So, ich brauche den hier. Das war glaube ich so wahr. Ach nee. Eigentlich gut, wenn ich normales Holz hätte. Okay. Federn. Wir wollen das ja hier alles anpassen. Ja. So, deine Boots sind auch so gut wie fertig. Nutzen sich zwar mit der Zeit ab. Bitteschön. Merci. Also ich habe Unbreaking 2 und Protection 3 drinne nochmal. Habe ich mir hoch verzaubert, aber ja, muss man mal gucken. Ich weiß nicht. Und jetzt trage ich sie jetzt einfach noch nicht, weil, ne, brauche ich jetzt noch nicht. Weil ich bin ja hier, ne, gerade am Bauen. Ja. Ach cool, man kann es ja wieder... Stimmt ja, Leute. Man kann ja auch Ausrüstung reparieren. Tada. Sollten wir auf jeden Fall mal tun. Richtig. Gar nicht so schlecht, die Idee. Nee. Ähm, richtig, genau. Weil ich habe keinen Bock, die immer neu zu machen. Hervorragend, hervorragend. Ach, diese, ich liebe diese Crafting Tablinger hier. Gut, ähm, was können wir noch machen? Wir haben mal Ausrüstung, Schwerter, etc. Jetzt haben wir hier also so ein verzaubertes, äh, Ender Giant Sword. Die Frage ist, ob ich mir zum Beispiel auch ein Shield bauen kann. Okay, mit diesem Holz kann ich definitiv... Ja, ne. Okay, ich brauche richtiges Holz, was man so üblicherweise kennt. Haben wir normales Holz? Nein, ne? Also Eichenholzbretter? Ähm, ne, ich glaube nicht. Nee, ne? Nee. Okay, wir bräuchten noch vier. Dann bin ich mal eben so nett und dann gehe ich mal eben los und besoch was. Ja, hervorragend. Eier auf Ender hätten wir. Wir bräuchten eigentlich... Ähm... Du? Wir bräuchten Obsidian. Weil dann würde ich uns beide ein Endersword machen. Mit dem könnten wir mal ordentlich was bringen. Mhm. Denke ich mal. Das habe ich ja letztes Mal leider verloren und das war eigentlich eine richtig coole Sache. Ähm... Aber ich denke, damit würden wir auf jeden Fall gut vorankommen. Wir hätten nämlich alles andere dafür, das wäre gar kein Problem. Sag mal, dürfte ich ja auch eigentlich meinen anderen Stuff... Ja, Mann, diese reparieren. Das wird total unterbewertet irgendwie, aber das ist eigentlich ganz... Brauchst du noch Federn? Ich habe hier gerade ein Hühnchen. Eistaff, Winstaff... Ähm... Also pass auf, wenn du noch mal vier Federn irgendwann zusammenkriegst... Ich denke, da drin bist ein paar Schuhe, kann ja schon mal nicht schaden. Ich habe vier Federn. Ach, ich habe ja auch vier Federn. Ich glaube, wir brauchen noch Gold. Wir brauchen Gold noch. Okay, alles klar. Okay. Feder aber ist gut. Federn kann man bestimmt noch woanders gebrauchen. Ist gar kein Problem. Ja, ich habe auch noch mal vier, also... Ähm, so. Es gab noch hier ein... Uncrafting Table hat mir irgendjemand... Warte mal, rechnen? Da brauchen wir also acht Crafting Table und Maze Map Focus. Was zum Geier ist denn Maze Map Focus, alter? Nie, keine Ahnung. Ah. Maze? Blank Maze Map? Maze Map? Ach, habe ich das schon. Scheiße. Leute, wir müssen mal wissen, wie man dieses... Kann man dieses Maze Map Focus, kann man das irgendwie craften oder nicht? Das war total cool, weil man kann hier so zum Beispiel... Das haben wir bestimmt nicht eingesammelt irgendwie, ne? Und wenn, dann haben wir es verloren. Weiß ich nicht. Wir haben ja auch jede Menge Schrott schon vorher... Also Schrott, in Anführungsstrichen, hier eingelagert mit irgendwelchen Sachen, die ich bis dahin auch noch nicht kannte. Ach, es wird schon wieder dunkel. Ach, nö. Aber da können wir wieder schlafen gehen. Ja, wir können wieder miteinander schlafen. Ja, haben wir schon lange nicht mehr getan. Nee. Ja, das Verabreden klappte leider in letzter Zeit nicht mehr ganz so oft hier, aber... Ja, da kommt meist immer was dazwischen. Ich muss auch ganz ehrlich zugeben, es liegt ja auch an mir. Ja. Also, das sagen... Privattechnisch, also ich gebe es ja ehrlich zu, ne? Es ist ja nicht so, als ob ich das jetzt verheimlichen würde. Das sagt sie jetzt, ja. Aber in Wirklichkeit, weiß ich nicht, hat es wahrscheinlich ein Problem mit mir oder so. Ja, natürlich. Also sonst, ne? Ich weiß nicht warum. Okay. Oh, nein. Ja, genau. Ich will mit dir. Heulende Männer sind so sexy, Alter. Oh, richtig sexy, da werde ich richtig heiß fangen. Auf sieh die Hand, komm, lass sie schlafen. Ja, ich mach meine Beine breit. Unter dir hing gerade ne Axt, aber sehr interessant. Ja, das ist mein Spielzeug. Ja, ich sah sehr gut aus, ja. Schatze. Die blauen Frecke, die ihr hattet, ich war wild. Pst, ich muss wegrennen. Ah, ich kann nicht mehr laufen. Oh, jetzt hab ich gerade das Feld kaputt gemacht. Tja, irgendwie bin ich etwas abgelenkt gewesen. Naja, egal. Die Frau, die Frau. Aber, hallo. Kannst du irgendwie Sand besorgen, damit wir Glas craften können? Glas? Ja, ich brauch Glas. Glas, Glas, Glas. Ja, da würde ich mir aber gerade nochmal ne Schippe irgendwie craften wollen. Ja. Habe ich denn noch was gerade on board? Ja, nee, ja, nee. Ja oder nein? Entscheide dich. Oh Gott, Mann, Alter, das geht doch wohl nicht hier. Vollkommen echauffiert. Über mich selbst. Hast du irgendwo Sand gesehen, wo man was besorgen könnte? Ich hatte Sand in meinem Inventar, aber dann bin ich ja glücklicherweise explodiert. Ah, wie viel brauchst denn du? Ich hab Sand gefunden. Ähm, ja, ich brauch nur zwei Glasscheiben, davon abgesehen aber. Okay. Ist nicht viel. Nö, dann besorge ich dir hier mal ein bisschen mehr. Ja, früher an später denken, weißt du. Ja. Bloß nicht, dass ich immer wieder für dich rumrennen muss hier. Oh. Nach der fatalen Nacht von gestern Abend. Hey, du standest drauf, ja? Du hast ja... Also wortwörtlich hast du ja eigentlich drauf gestanden, ja? Dementsprechend. Ja, ich muss immer oben liegen, ne? Kennt man ja, die Kerle müssen immer unten liegen und vergnügen sich da und die Frauen muss ackern. Ja. Ist immer sehr nett. Auf Thai-weise. So. Ja. Wo bist denn du? Ja, immer noch im Haus. Mach den Haushalt gerade. Ja, ich find dich... Oh. Ich hab wieder die Tür gefunden, wo man durchläuft und immer noch draußen ist. Okay. Das falsche Haus. Wo ist denn das Haus? Ja, wo ist denn das Häuschen? Ja, wo ist denn das Häuschen? Na ja, wo ist denn das Häuschen? Hä? Ach da. Das ist eigentlich nicht zu übersehen. Ach doch. Bei den komischen Bauten, die hier entstanden sind, doch schon. Doch, doch, doch. So, packen wir den mal hier ein bisschen. Hier ein Stack, hab ich den reingepackt. Sehr nice. Könnt ihr für den Anfang reichen? Ja, ein Tücher dort. Den, 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 den. Den Waterstaff. Den wollte ich auch nochmal reparieren. Guck. Guck, ob's klappt. Ich mach mir das nochmal so. Na. Will nicht. Oh ja. Ja, die kann man irgendwie nicht reparieren oder sowas, entscheidend. Na ja, egal. Oder ich hab nicht mehr genug Level, ich weiß es nicht. Ähm, was wollte ich denn jetzt suchen? Genau. Also wir brauchen Obsidian, damit wir mal irgendwo hinlaufen können. Ja. Hm, die Frage ist nur, wo ich. Eigentlich wollte ich mich jetzt nicht irgendwo nach unten graben, drei Kilometer weit. Aber so, wenn wir, werden wir Obsidian auch nicht finden, ne? Ich denke, wir mussten irgendwie einen unterirdischen Lavasee finden oder so. Ja, ich denke auch, also. Hm, weil dann kann man uns auch diese Ender-Schilder machen und so weiter und so fort. Aber Lava. Gut, Lava. Oh nö. Mein Kerl ist da. Ach echt? Ja. Man hört grad seinen Roller. Ah, das ist natürlich schade. Mhm. Ja, der kommt immer zu unpassenden Zeitpunkten, ne? Also der merkt, dass wir hier eine Affäre haben. Ja, das glaub ich auch. Schade, schade, schade. Ja, und der bindet das hier so ein bisschen, glaub ich. Ja, ein paar Minuten muss er jetzt noch aushalten. Muss man die Tür von innen zuschließen, Schlüssel stecken lassen oder so. Geht nicht anders. So gemein bin ich jetzt auch nicht. Ja, schade. Nein, Quatsche. Ähm, okay. Gut. Aber die Aufnahmen müssen wir auch zu Ende machen. Ja, na klar. Also euch nicht wundern, er sagt mir gleich Hallo und das war's dann. Dann hört ihr ihn auch mal. Ha, ha, ha. Von der Stimme, ja? Dann hört ihr den. Ja, er mag es ja gar nicht. Er mag es ja gar nicht. Er war ja bei der Let's-Show, ähm, da war ich wie Off-Republic dabei und, ähm, ja, der hat dann da auch geschnackt und, ne, ich hab ihm gesagt, ich nehm auf. Und er so, ja, ist aber scheiße, ist ja dann um das und halt nicht reden. Und das hat er dann doch getan. Und, ja, das hört man ihn halt in den Aufnahmen. Da hört man ihn auch, dass Schlüssel geht. Ja. Na, der Mythen. Du kannst ja auch Mythen-Codes für den Moment. Na, ich, wieso? Das ist doch, das macht's doch eins sympathisch, wenn du so ein bisschen Privates dazukommst. Ja, das stimmt. In einer Aufnahme. Nochmal betont, dass man wirklich gar nicht. Ich hab mal schön betont, dass er ja weiß, okay, sie ist am Aufnehmen. Störe ich jetzt mal nicht. So, jetzt lässt man die ganzen privaten Sachen besprochen hier. Nice. Das macht's sympathischer, finde ich. Oh, Mann, ey. Ja, dann haben die Leute wenigstens was zu schreiben, finden es lustig. Vermutlich. Das ist doch lustig. Die werden wahrscheinlich gleich Zeuge irgendwelcher Katastrophal. Ja, Knutsche. Ja. Nein. Ich glaub, der hat's schon kapiert. Der kommt nämlich grad nicht rein. Ey, scheiße, die Olde ist schon wieder am Aufnehmen, ey. Wobei du das ganz, ganz, ganz seriös und ganz, ganz leise doch gesagt hast, dass du am Aufnehmen bist. Ja. Hätte er doch gar nicht hören dürfen. Nie, richtig. Ja, jetzt müssen wir natürlich von den Themen uns zurückhalten. Ja. Dem müssen wir ja zum Wesentlichen gehen, also. Genau, ich grab mich jetzt grad mal einfach runter. Ich brauch Pflasterstein. Jede Menge. Ja, ich bin hier draußen auch. Um den Boden auszufühlen. Äh, ich hätte da eigentlich auch genug. Aber ich will noch weiter runter, weil ich irgendeine Höhle suche. Was sind das für Makler? Da bist du jetzt grad unterirdisch. Mhm, genau. Ach, Aluminiumohr, okay. Äh, ja, ich versuch mich jetzt grad mit so einem blöden Gang einfach mal nach unten. Ich will einen Lavasee finden. Ein Lavasee? Genau, naja, das war das. Du hast es ja vor. Naja, ich brauch was, Alter. Ich brauch Obsidian hier. Alter, ich brauch ich's, ey. Alter, wirklich. Ja, ja. Äh, wir bräuchten auch noch Wassereimer. Haben wir noch Wassereimer zu Hause gehabt hier? Zu Hause? Oh, wie süß, wie er sagt, oh, da haben wir Wassereimer zu Hause. Jetzt sieht er schon als zu Hause an. Ja, guck mal hier, Hausfrau, ne? Kannst du mal in den Baumarkt fahren? Äh, ich glaub, Baumarkt ist nicht nötig, aber wir haben hier genug, ähm, aber ich glaub, nein. Selbst ist die Frau. Verstehe. Selbst ist die Frau, ja, ja. Wassereimer haben wir nicht, aber das kann ich dir organisieren. Ich kann's erbauen. Ein Blecheimer. Ja. Super. Ein Blecheimer. Willst du auch einmal, kriegst du die. So, eine Frau ist hier am Craften, zack, zack, zack. Nie wieder. Ähm, ey, welche Höhe? Kommt hier denn gar kein Lava, oder was? So. Ja, irre hier. Ah, geht ja gar nicht. Irgendwie das Gefühl, jetzt kommt hier Sand. So, ich hab jetzt Wasser. Wo bist du? Ich bin da, wo es leider momentan noch keine Lava gibt. Ah. Und jetzt die fackeln auch alle. Habe ich noch Kohle hier? Nee, natürlich auch keine Kohle. Ah. Kohle, Kohle, Kohle. Ja, das ist halt so. Wie im wahren Leben. Man hat nie Kohle genug. Ja, in der Tat nicht. Ähm. Scheiße, es wird's dunkel, oder was? Äh, ich mein, ja. Was drin? Ist das doof, mit diesem Boot zu springen? Das geht ja gar nicht. Das ist ja bekloppt. Wieso? Wenn du die ganze Zeit in den Decke reinhaust. Bam, 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 bam. Jetzt kommst du mehr, als wenn du kommst nicht voran. Ist irgendwie doof. Äh, super. Ja. Also so ein, so ein, so ein Zwei-Hochgang hier mit diesen Boots ist irgendwie eher weniger zu empfehlen. So, ich war jetzt ganz weit unten und da gab's irgendwie nichts, deswegen hole ich mir gerade nochmal alles hier irgendwie. Irgendwie. Holt ich da alles ran? Ja. Ja, genau, genau. Ich will nicht unvorbereitet da runter gehen. Nochmal. Ja, wer will das schon? Äh. Du hast ja aber hier recht scheiße organisiert, ne? Die Kisten hast du richtig doof gestellt, also. Ich? Ja, du. Jetzt wäre sie aber fertig gemacht, oder? Ganz ehrlich. Ja, ja, sicher. Du musst es ja ausbaden. Ich bin dann gerüstet. So. Ähm. Haben wir denn noch Fackeln? Nein, nein. Fackeln? Ähm. Fackeln. Nö, aber ich denke, ähm. Kann man machen. Was? Ich wollte gerade sagen, das soll ja wohl nicht das größte Problem hier sein. Oh ja, jede Menge. Mal gucken, wie ich das alles rauskriege hier. Ich habe mein Equipment noch mit bei. Ja. Äh, da, 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 klack, 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 klacken, klacken. Okay. Pack ich dann hier alles rein? Zack, 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 zack. Mein Schwert da, meine Ausrüstung da, 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 da. So. Den Rest hier rausnehmen. Äh, 29 Fakten waren hier in der Kiste. Oh, gut, dass ich mir jetzt gerade anderthalb Stacks gemacht habe. Ja, ist doch nicht schlimm. Genau. Ja gut, dann pass mal auf. Dann gib mir mal die Wassereimer. Bitte. Ich habe aber nur einen. Wolltest du mehrere? Ne, einer reicht. Ich habe Wassereimer verstanden, nicht, äh. Nicht Eimer, genau. Du hast nicht Wassereimer, sondern Wassereimer verstanden. So viel zum Thema Mehrzahl und Einzahl. Bei Wassereimer relativ schwierig. Ja. Ich hätte gerne mal die Wassereimers. So. Jetzt macht er die Frau hier immer wieder voll fertig. Never, würde ich nie tun. Das ist eine Fettfrau, kümmert sich da drum und was macht er? Ja, ich habe... Damit dankst du es mir, ne? Ich bin ja abends erstmal auf dem Tisch und mache hier die Bude sauber. Und genau das wollte ich gerade sagen. Auf Abenteuerjagd. Ich komme nach Hause und da ist was. Ich habe hier kein Essen auf dem Tisch. Ich habe nicht mal einen Tisch gefunden, ja? Nix, nix ist hier. Kein Essen, keine Puppe, ich glaube nicht. Ich bin doch noch dabei. Bleib doch mal ruhig. Aber die ist schon abends. Morgen früh muss ich wieder raus. Naja, egal. Komm, ich frage jetzt einen Village, ob er mit mir tauschen möchte. Guck mal, der hat sogar... Guck mal, der hat... Ah ja, du willst also tauschen, ja? Ja, genau. Ja, das merkte ich mir. Na, danke. Gibt's ja wohl nicht. Wo ist der Niklas? Du willst heute Abend Essen auf dem... Hä? Komm ich hier nicht weg? Ich backe gerade, ich backe. Verarschen. Hallo. Gut, okay. Dann würde ich sagen, beenden wir mal die Aufnahme gerade an der Stelle. Der Village hat mich hier nicht rausgelassen. Ah. Ja, jetzt folgen sie mir natürlich. Ja. Wir stoppen die Aufnahme. Und sehen uns dann bei der nächsten Folge. Ja, genau. Alle klar. Bis dann. Tschüss. Tschüss.